GongFM made in Regensburg, ich bin Stella und Fabian ist heute zu Gast. Hallo. Hallo Stella. Ja, ich bin der Fabian, ich komme aus Regensburg und ich habe eine neue App entwickelt, Vanillabian, die ich heute ein bisschen vorstellen möchte. Vanillabian, der Name ist schon mal total toll, aber jetzt wollen wir natürlich zuerst mal wissen, um was geht es bei der App, was kann ich da machen? Muss man Vanille jagen? Nein, nicht ganz. Vanillabian ist ein veganer Restaurantführer, der einem anzeigt, wo man überall lecker vegan essen kann. Und es ist nicht nur das, man kann auch sehen, welche Restaurants achten auf Bio, welche achten auf Fairtrade. Wo kann ich denn essen, wenn ich eine Glutenunverträglichkeit habe oder eine Laktoseunverträglichkeit? Es ist praktisch ein Restaurantführer für alle, die ein bisschen kompliziert sind und die ein bisschen Probleme haben, ihr richtiges Restaurant zu finden. Also ich lebe selber seit vier Jahren vegan und habe das immer wieder gemerkt, auch auf Reisen, dass es echt nicht einfach ist, ein geeignetes Lokal zu finden. Also es ist nicht so wie bei den Vegetariern, die eigentlich praktisch überall essen können. Und dann ist es ja nicht nur so, dass dann ein dediziertes Angebot da sein muss, sondern die Lokale müssen dann auch noch wissen, wie man das lecker zubereiten kann. Und beides zu finden ist tatsächlich nicht einfach und es gibt keine gute Lösung dafür. Und da habt ihr euch gedacht, sammeln wir das Ganze mal. Wie ist denn das dann zustande gekommen? Bist du einfach mal quer durch Deutschland gefahren und hast dir alle Restaurants angeschaut oder wie sammelt man die so? Also es ist sicherlich ganz viel Recherche im Internet. Es ist auch ganz stark die Suche nach Partnern, die uns helfen können, die bereits so etwas machen im Kleinen, vielleicht für eine Stadt, für Hamburg oder für Berlin. Und da fragt man an und merkt dann auch recht schnell, dass so speziell in der veganen Bewegung eigentlich ganz viel Zusammenhalt dann auch oft da ist und man das bündeln möchte, dieses Wissen. Und letztendlich haben wir bei Vanilla Bean die tolle Chance gehabt, dieses Wissen in dieser App zu bündeln. Und so eine App macht man natürlich nicht allein. Fabian, du bist ja heute praktisch stellvertretend für das ganze Vanilla Bean App Team bei mir. Wer ist noch alles so mit im Boot bei dir? Also mit dabei ist auf jeden Fall der Thomas, unser Gastro-Experte aus München, der eben das Kaffee-Katzentempel führt. Mit dabei ist auch Tobi, unser Designer. Basti, der sich bei uns um die Restaurant-Inhalte kümmert. Und Chris, der bei uns sich um die Server und auch um die Android-App kümmert. Und ja, zusammen bilden wir ein tolles Team. Das ist auch etwas, was ziemlich anspruchsvoll ist. Das geht auch nur gemeinsam. Und genau, das sind wir. Das ist Vanilla Bean. Die App Vanilla Bean, die wird natürlich schon fleißig runtergeladen. Was ich ganz cool finde, ist, dass sie auch kostenfrei ist. Wie ist denn so das Feedback? Wie viele Leute nutzen die App und wird da auch immer fleißig bewertet? Also es wird sehr fleißig bewertet. Wir haben gestern einen kleinen Meilenstein erreicht, haben die tausendundeinste Bewertung in der App drinnen. Wir haben viele Leute in der ganzen Republik, die mittlerweile Vanilla Bean täglich nutzen, auf der Suche nach den Restaurants. Und ich kann auch zum Beispiel mal sagen, wie auch bei uns die Restaurants wachsen. Also wir sind an den Start gegangen mit 1.150 Restaurants etwa und haben eben mittlerweile 1.800. Das heißt, wir kriegen auch ganz viele Tipps und kommen jeden Tag neue dazu. Cool. Wir haben mittlerweile Restaurants, die werden eingetragen in Spanien, in Holland, in der Schweiz und ganz cool auch mittlerweile das erste in Bali. Geil. Von daher, es verbreitet sich und es ist echt schön, das so mit anzusehen. Fabian, ich danke dir vielmals, dass du heute mein Gast warst und weiterhin natürlich extremst viel Erfolg mit eurer App Vanilla Bean. Ja, danke dir. Cool, dass ich da sein konnte.